Willkommen zu meinem Review-Video über den Samsung Crystal UHD CU 7179 65 Zoll Fernseher. In diesem Video werde ich dir eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten zielen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Der Samsung Crystal UHD Fernseher ist mit der Pure Color Technologie ausgestattet, die lebensechte Farben liefert und dich in ihren Bann zieht. Der Crystal Prozessor 4K sorgt für ein leistungsstarkes 4K Upscaling, das Farbnuancen fast so zeigt, wie sie wirklich sind. Mit dem Motion Accelerator erlebst du flüssige Bewegungen und ein klares TV-Bild. Ein weiteres Highlight ist der Samsung Smart Hoop und Garmin Hoop, der alle deine Lieblings-Smart-TV und Garmin Apps an einem Ort vereint. Du kannst problemlos zwischen verschiedenen Apps wechseln und deine Lieblingsserien, Filme und Spiele genießen. Ein einzigartiges Feature des Samsung Crystal UHD Fernsehers ist der Object Tracking Sound Light. Dieses System schafft einen virtuellen Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann. Dadurch erlebst du ein immersives Klangerlebnis, das dich mitten ins Geschehen zieht. Nun kommen wir zu den Testimonials von zufriedenen Nutzern. Peter B. schreibt, Mein letztes TV-Gerät habe ich vor ca. 15 Jahren gekauft. Entsprechend begeistert bin ich natürlich von den Möglichkeiten eines modernen Geräts. Die Ersterfahrung mit diesem war eine gute. Erlobt die schnelle Lieferung und die einfache Inbetriebnahme. Außerdem ist er mit der Bildqualität und dem Sound des Fernsehers zufrieden. Brisco Schneider gibt dem Samsung Crystal UHD Fernseher 4 von 5 Sternen und erwähnt, dass die Lieferzeit etwas länger war als erwartet. Er ist jedoch mit der Bildqualität und dem Preis-Leistungsverhältnis des Fernsehers zufrieden. Ein weiterer zufriedener Kunde, Boa Selino, schreibt, Hab mir diesen 85 Zoll zugelegt, da man ein Supermonster-TV für knapp 1300 Euro bekommt und der TV ein Superbild hat. Die Lautsprecher sind für mich nicht relevant, da der Ton über 5.1 Surround läuft. Er empfiehlt den Fernseher aufgrund des guten Bildes und des attraktiven Preises. Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Samsung Crystal UHDCU 7179 65 Zoll Fernseher eine ausgezeichnete Wahl ist. Mit seiner beeindruckenden Bildqualität, den vielseitigen Funktionen und dem attraktiven Preis bietet er ein erstklassiges Fernseherlebnis. Klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstütze mich dabei, weitere hochwertige Videos zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.